Kapitän Uwe Oden und Rita Städtler, Steuerfrau des Kutterpull-Teams Anne Riemen aus Elzfleet, waren jetzt wieder im Rahmen der Kutterpull AG aktiv. Sie zeigten Achtklässlern der Oberschule Elzfleet, wie wichtig es ist, diverse Knoten zu beherrschen, die im alltäglichen Gebrauch auf See benötigt werden. Die Kutterpull AG ist auf Initiative des Präventionsrates der Stadt Elzfleet entstanden. Die Oberschule und der Jugendtreff des CVJM Sozialwerks Wesermarsch sind die Kooperationspartner. Untertitelung des ZDF, 2020